ich war ein wenig farmen das sieht man daran wie ich jetzt hier stehe denn auf der rechten seite habe ich das rapier des kristallweißen und links habe ich jetzt das drackenblut großschwert plus 9 ich kann es leider nicht auf plus 10 verstärken denn ich habe keine flamberge mehr meine flamberge ist glaube ich flamberge quatsch ich habe keine titanitscholle mehr ich weiß nicht mehr für was ich sie verwendet habe ich habe echt keine ahnung mehr naja sei es wie es ist der grund warum ich eben gefarmt habe war hier das drackenblut großschwert denn das ist wirklich nicht so schlecht wenn ich mal die zahlen so zusammenrechnen 134 134 machte schon mal 300 268 268 und dann noch mal 210 dazu das ist viel deutlicher wie das hier wobei es kommt auf die gegner an naja sei es wie es ist ich habe jetzt jedenfalls das hier und das schöne ist durch das viele farmen haben wir jetzt auch einen neuen zauberspruch wir sind nämlich jetzt mit der blitzklinge unterwegs muss ich nur kurz noch was ändern denn dadurch dass ich das in der anderen hand gehabt habe stimmt jetzt meine zur urteilung nach nicht mehr ich brabbe ein bisschen vor mich hin ich hoffe ihr nehmt das nicht allzu böse brauche ich jetzt hier überhaupt noch was nein das erstaunliche ist also wenn ich nur was nicht ist erstaunlich aber wenn ich es in der hand in der linken hand halte steigert sich das finder glück nicht also ich muss es ausgerüstet haben warum sind wir denn überhaupt hier nicht weil ich weiterfahren möchte sondern weil mir eine idee gekommen ist als ich jetzt hier unterwegs war habe ich natürlich noch mal alle starten angeschaut und ich habe den deutlichsten hinweis glaube ich übersehen jetzt ist die frage ob das wirklich so ist und bevor ich probiere wollte ich euch einladen ich bin jetzt unsicher ob das das breitschwert oder die claimer ist es ist es die claimer haltung ist es damals die claimer also die waffenhaltung ist sehr deutlich in der einhand version hat es ein wunderschönes movement also das movement der waffe ist super so jetzt wollen wir mal hoffen dass ich einigermaßen griff habe ich habe es jetzt immer einhändig gekämpft denn entsprechend kann das jetzt ein bisschen schlecht werden na gut na komm nein er ist schneller wie ich er ist zu schnell das ist ein mehrfacher schlag ich dachte ich sei schneller das war nix nicht so schlimm ich brauche eh nix ich will ja eigentlich nur ihn hier töten das ist alles was ich erreichen möchte der grund warum ich jetzt hier ständig mit meinem schweren angriff daneben schlage ist folgende ich kann es ja mal kurz zeigen was der grund ist das ist der grund mit nämlich mit einhandversion stößt schön nach vorne ich bin mir das so gewohnt in der zwischenzeit dass ich das logischerweise hier auch machen möchte so also jetzt hoffe ich mal die ganze anleitung die wirklich die sehr sehr lange einleitung hat nicht einfach so keinen sinn weil ich es eh löschen werde sondern es ist tatsächlich dass man hier beten muss denn hier ist ja ein drache ich bin da oben suchen gegangen dachte ich muss bei einer statu beten aber hier ist ein drache und ich hoffe jetzt mal wirklich dass es das ist wenn es wäre jetzt schade um die ganze einleitung zum glück ok ring des unheils das liest sich schon mal nicht so gut was ist denn das ring des unheils du bist sehr tief unten ein ring verzaubert von den orangenfarbenen augen des eines unheilvollen drachen verdoppelt den von einem ok ich muss gestehen ich habe gerade schwarze getrunken dementsprechend ist habe ich eine gewisse gewisse grund nervosität das schwarze wirkt sich bei mir immer auf die sprechweise aus fangen wir nochmal von vorne an ein ring verzaubert von dem orangenfarbenen auge eines unheilvollen drachen verdoppelt den von seinen träger erlittenen schaden verdoppelt den von seinem träger erlittenen schaden ok das ist ja schlecht aber dieser ring verfügt keine nützliche kräfte und dient nur als symbol der drachenverehrung ein gegenstand weitergegeben von den eifrigsten anhänger einige von ihnen sind davon überzeugt dass dies ihn als heilige pflicht auflegt wurde ja aber ok das bringt doch überhaupt nichts naja wir akzeptieren das jetzt einfach mal so jetzt könnte es einen längeren ladescreen geben mir ist aufgefallen als ich natürlich hier unterwegs war die ladescreens sind wirklich 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 lange hier was mich aber auch nicht erstaunt das ist wirklich ein riesen gebiet das ist ja schön es hat enorm viele texturen ich würde sogar so weit gehen zu sagen das ist eines der schönsten dark souls gebiete in denen ich jemals war ok was will ich zuerst ich habe verschiedene pläne also ich will mich eigentlich mit dem drachen anlegen ich hoffe der ist überhaupt noch da das war das wäre mein ziel ok du kommst nicht mal zum beschwören das spart mir enorm zeit hat sie eigentlich irgendwo noch einen drachen ich habe mich natürlich jetzt nicht auf die drachen geachtet als ich hier durch bin sondern mehr auf die statuen ok da waren vier stück glaube ich oder oder waren es drei vier vier oder fünf sogar ich hoffe die verteilung ist einigermaßen brauchbar na komm 121 das ist besser als das davor ok also ist besser als davor ok der erste ist weg funkeltitanit nehmen wir gerne ähm den angriff den sprungangriff habe ich schon mal gemacht der hat nicht viel gebracht im gegenteil ok der drach ist da im hintergrund ist er schon mal da ich habe jetzt ich verstehe irgendwie ich glaube ich bin auf magnetische strömungen irgendwie allergisch oder so ich habe jetzt zwei stunden glaube ich gefarmt um die blöden titanit proppen zu haben und jetzt in der zeit nie das problem gehabt und kaum fange ich an fängt wieder meine nase an zu beißen kaum startet die videoaufnahme vielleicht bin ich auch auf euch allergisch vielleicht ist es euer sadismus der das auslöst ich habe das gefühl ihr amüsiert euch einfach über meine tode ich nehme das mal jetzt sadismus na ok die distanz ist natürlich noch ein bisschen verkehrt ok du hast meinen angriff unterbrochen und gleichzeitig mich mich überhaupt generell getroffen da ist ja noch mal einer ach du bist über mir oder in dem fall ist es vielleicht doch nicht so eine gute idee hier zu starten du bist doch über mir natürlich bist du über mir ja wie komme ich jetzt ok na versuchen wir es mal hätte ja klappen können ok ist gelandet au ok 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 ich mache schaden an dir gut mehr interessiert mich nicht oh gott du hast ja lebenspunkte na gut du machst aber dafür keinen schaden oder fast keinen hinter dir steht man ja perfekt aber das dauert ja jahre und jetzt bin ich aus der perfekten position raus ok ok hinter ihm ey ich muss die kamera lösen hä ok hast du irgendwie ich müsste eine blutungswaffe haben dass ich hier schaden mache das funktioniert ja gar nicht das ist ja ok wohin bist du trinken wir wieder was an dem soll es nicht scheitern immer auf die verse immer auf die achilles verse das hat schon in diversen geschichten wunderbar geklappt bleibt bitte hier ok jetzt weiß ich nicht ganz hat mich der schweif getroffen oder trinken wir was irgendwie ist es sehr behäbig hier ok ok es ist der schweif oder es ist ein bisschen lame was ich hier mache ist es auch effektiv what na gut na gut na gut komm trink 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 nochmal trinken auch nee nicht nochmal abheben also ich gibt sicher wundervolle tricks wie man den einfacher legt aber ich glaube die ecke da ist nicht so schlecht sag mal wie viele lebenspunkte hast du denn wundervolle ok titanitbrocken 6 titanitschuppen 3 funkeltitanit 3 und ich habe ihn besiegt ehrlich und fair ok vielleicht ist das also nee das haben sie doch extra hingebaut ist doch eindeutig na gut fangt schon mal gut an die folge spätestens hier ist hoffentlich dann mein gestackt zu beginn entschuldigt ok der kampf war glaube ich nicht interessant zum zusehen es war ja wirklich nur verstecken hinter ihm und dann zuschlagen ab und zu puh ok wir müssen nochmal ans feuer denn ich habe überhaupt keine getränke nein das ist der falsche weg woher da wollte ich da wollte ich zwar hin aber nicht jetzt ich lasse die glocke noch ein bisschen bleiben denn ich habe hier noch genug zu erforschen bis jetzt sehe ich keinen zwang darin diese glocke zu benutzen ich weiß auch überhaupt nicht was es auslöst und ich will es auch noch nicht wissen ich nehme an ich läute hier irgendeinen bosskampf ein oder so denn sonst macht die glocke überhaupt keinen sinn ich sehe halt wirklich nirgends irgendwas ok ok horcook der deserteur so hieß er doch davor noch nicht ok wir nehmen dich hast du irgendwas zu hast du irgendwas zu ne erzählen wir dann nix aber vielleicht mach dir ja irgendwas spezielles ich glaube nebenbei ich habe 45.000 sehen oder 40.000 sehen durch den dings bekommt ne du machst gar nichts du rennst einfach nur drauf los du kennst einfach nix ok du machst mich arbeitslos das ist ja ok er rennt einfach drauf los der kennt nix der achtet sich nicht auf mich das ist wirklich die perfekte KI die ein Spieler symbolisiert wenn man ein goldenes oder wenn man ein Spieler beschwört ist das ungefähr gleich der stürmt auch einfach direkt drauf los und achte sich überhaupt nicht was der Spieler will das ist wirklich perfekt gemacht kann man den eigentlich von hinten abstechen sag mal schlägst du hier jetzt die ganze Einrichtung kurz und klein oder wie wie geht es meinem Deserteur ach der ist gleich tot macht nix hat er vielleicht sein Ziel erreicht ok ich versuche ihn noch zu retten oh ich habe ich habe eine Parry Animation gehört ja das hat ja wirklich viel gebracht außer dass du mir jetzt alle Feinde angelockt hast ich glaube das lasse ich gut das lasse ich vielleicht zukünftig bleiben mit dem das ist die falsche Richtung da ist nochmal einer uuuhh ok ich kämpfe gegen zwei große gleichzeitig und ein klein ok irgendwo müssen wir uns in Sicherheit bringen oder wenigstens sie sehen ok komm nein uuuhh jetzt bin ich tot uuuhh da kann ich nicht mehr weiter au ja das war's nee das nicht das lasse ich bleiben das lasse ich bleiben ich nehme ich nehme ihn am Schluss wenn ich hier gereinigt habe das ist ja das ist ja völlig kontraproduktiv ist es ist es mehr oder weniger eine Falle für den Spieler einfach gedacht um ihn zu verarschen so nach dem Motto ok du Feigling holst dir immer NPCs dann zeigen wir dir mal warum man das nicht machen sollte oder was sollte das das ist ja überhaupt nicht schön ok dann könnte ich hier eigentlich kurz mal die andere Richtung versuchen ich komme ja offensichtlich am gleichen Ort raus ok ok eine Leiter geht es denn hier drin weiter oder wie also es ist nicht ein idealer Ort um zu kämpfen ihr könnt es mir glauben ich bin gerollt ja ok jetzt sterbe ich tatsächlich ab so einem kleinen einfach Abstand halten die sind ja eigentlich nicht so schwer Kette gegen hinten Funkeltitanit schön geht es hier oben wirklich weiter oder ist das schauen wir mal oh wenn ich gewusst hätte wie lange die Leiter ist hätte ich das nicht einfach nur schauen wir mal gesagt ich glaube ich muss mir irgendwann mal eine Facecam schnappen ich stehe gerade mit offenem oder ich sitze gerade mit offenem Mund hier denn ich sehe wieder Havel hätte ich jetzt Havel unten getötet würde er denn hier noch erscheinen Bist du auch wirklich Havel oder bist du nur eine Statue? ich versuche ihn als Ziel zu nehmen es ist Havel na gut schön dass wir uns wiedersehen nein 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 also wenn man hier mal gestunt ist kommt man gar nicht mehr hoch das wird ein mühsames Duell havel nein 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 auch ja ich muss ein bisschen Deckung nehmen oh das geht na gut das erleichtert die Aufgabe ein wenig Havel wir kennen uns zu gut. Nein, wir kennen uns nicht gut genug. Okay. Du trinkst was, ich trinke was, oder wie? Ach ne, er versteinert sich. Das hatten wir ja schon. Ist das versteinern, oder ist das... Oder ist das... Theoretisch der Abgrund. Okay, ah, das ist ein Buff, der halt nicht ewig an. Okay, das ist gut zu wissen. Nein, 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 nein Ja, aber du hast es gut gemacht Du hast wirklich den perfekten Moment ausgenutzt Das ist nicht so einfach, wie ich mir das erhofft habe Nein Ich war doch Ich hätte doch einen kritischen Treffer anbringen können ich will in deinen rücken gott der glocken schlagt letzte stunde geschlagen sein oder meine meine war es ist wirklich wie im pvp keiner will zuschlagen der druck hat mich weggeschleudert okay den musste ich so ausweichen ich trau mich halt wirklich nicht mehr an ich bin sehr sehr vorsichtig gerade okay versuchen wir es nie sollen wir es versuchen nein ich jetzt nicht versuchen soll so jetzt gehörst du keine energie mehr also jetzt warum habe ich nicht getroffen das wären natürliche treffer gewesen ich mache ich mache es nicht extra spannend ich mache es wirklich nicht extra spannend ich bin einfach gerade wirklich ungeschickt so und jetzt habe es war ein faires duell es war ein faires duell drachenzahn und habe jetzt großschild ist drachenzahn wieder so stark wie damals vor allem vermutlich auch gleich schwer ich habe es vermutlich schon übersehen oder ich bin schon vorbei wo ist denn der drachenzahn ich sehe es halt wirklich gerade nicht fangen wir halt oben an erste reihe ist nix, zweite reihe ist nix, dritte reihe, vierte reihe, fünfte reihe, sechste reihe, siebte reihe, achte reihe, neunte ich habe das gefühl man hat zu viele waffen im vergleich zu sonst da ist der drachenzahn c, das ist nicht c, normalerweise ist es doch ein a ein großhammer aus dem unzerstörbaren fangzahn eines uralten drachen zusammen mit dem felsartigen großschild soll er ein relikt von harwell selbst sein das dem träger resistenz gegen feuer und zauberverleid durchhaltewillen verankert die waffe im boden und erhöhe kurzzeitig die balance mindert bei aktivierung den schaden ok, das ist klar dann hätten wir noch das großschild ne 40 in stärke und ne d ein überaus robuster und schwerer großschild aus einem großen steinbrocken so wie auch der drachenzahn soll dieses relikt einst im regen, deren harwell der fels gehört haben das schild ist noch immer von harwells stärke erfüllt nun gut ey, du bleibst aber tot, oder? da ist ne titanitscholle wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das warm sparen können würde das jetzt theoretisch geloben wir ihm gedenken wir seiner nee falscher ort kann ich auf ihn klettern? äh nee, moment mal es ging so mh oh, es ging gar nicht ja ok geloben wie einfach seinem herz vielleicht funktionierte das noch ein bisschen näher sag mal, schwebe ich gerade? ok ich habe die höchste Stufe der Zen-Kunst erreicht ich schwebe an dir vorbei kommt man nicht, oder? soll ich jetzt? hm, na gut ich musste es probieren puh, vielleicht muss man ja irgendwo beten, oder so, aber wüsste ich jetzt wirklich nicht gerade wo weil bei den anderen Drachen ging es ja auch, aber wo könnte denn das sein? komm, direkt direkt bei der Schnauze versuchen wir es noch hier ich finde die Haltung auch so schön ach, schön im Hintergrund, habt ihr gesehen? der pariert das ist noch ein das ist auch ein Dark Souls-Einspieler da hinten im Turm ist da eine weitere Glocke, oder? sieht so aus, irgendwie na gut ich habe genug eurer Zeit gestohlen indem ich hier die Atmosphäre genossen habe boah, und diese Schneelandschaft ich fühle mich natürlich hier gleich heimisch da könnte ich öfters verweinen jetzt müssen wir uns einfach nochmal daran erinnern, dass dieses dass das hier eigentlich ein Geheimgebiet ist wow die Mühe, die sich hier gegeben wurde so, ich bin mal weg ich habe keine Lust auf euch brauche zuerst mal mein Feuer denn Havel war nicht ohne das kann ich nur nochmal betonen wie gut der war so ist jetzt mal meine Angriffszeit gekommen, oder wie? äh das sieht schön aus jetzt werde ich doch gleich beschossen ja, werde ich so das hätten eigentlich ein Angriff von hinten werden sollen ein kritischer Angriff von hinten keine Ahnung wie du da das überstanden hast und was ist hier passiert? wollt ihr mir eine Statue bauen? und ihr hattet kein Modell? so sehe ich aus nun ja ich will da nicht rein das machen wir auch am Schluss die Glocke und das Ding kommt erst am Schluss alles andere kommt zuerst da waren doch noch Große wo sind jetzt die hin? da oben ist der eine so, komm hier runter, bitte klau doch meine Zuschauer nicht die Zeit jetzt kommt natürlich der Große auch okay du bist sehr agil und du hast eine kleine Hitbox äh da wieder triffst du gut ich hasse so verzögerte Angriffe ich sag's immer wieder man kann's nicht genug betonen was hinterlässt du mir? Titanitscherben ich brauche keine Titanitscherben okay irgendwie geht's besser ohne Herr Quarkt da oben ist eine riesen Ansammlung da vorne hey und ich höre doch was hinter mir ich kann trotzdem sie nicht einzeln anlocken ich muss mir da was überlegen ich muss mir da was überlegen okay jetzt kannst du kommen das ist der perfekte Moment wir kommen in meine Hütte nein doch nicht so du musst doch nicht gleich mit der mit der bei durch die Türe kommen und das ist schlecht das ist ganz schlecht was ich jetzt mache okay ich hab Glück gehabt der andere ist draußen geblieben nein das wäre noch ein Treffer gewesen jetzt verarscht du mich es ist dieser weltbekannte einer Treffer noch das ein Dreier du verarsch mich echt eins jetzt machst du kein Dreier oder wie hei 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 hab ich nicht gedacht das so kompliziert ist da durchzukommen hau ab mit so niedrigen Gefährten wie dich geb ich mich gar nicht geb ich mich gar nicht erst ab ist da unten in der Ecke eigentlich was nö aber da hinten vielleicht da hinten sag mal woher kommt dieser Ton eigentlich also ist das der oben der Magier oder ich hab immer das Gefühl jemand sei in meinem Rücken puh okay nochmal ein dicker und du bist der mit der Kette du bist der gefährlichste Mann an nein doch nicht das Ziel aus den Augen verlieren nicht den nicht den höh beim zurückschwingen oder wie es kostet Lebenskräfte hier also wenn ich jetzt so still war dann war es weil ich mich versucht habe noch zu konzentrieren am Ende okay es hat wieder gratis Getränke gegeben du willst doch parieren du willst parieren ich sag's noch wow geile Animation zum Glück zum Glück habe ich es tatsächlich zugelassen das ist ja aber geil das sah schön aus wer lernt denn jetzt ach da wenn man einfach mal die Reichweite der Waffe unterschätzt Funkeltitanit kann man das tatsächlich hier farben das wäre ja auch schön das ist kein guter Ort okay sehr schön da hinten ist noch mal einer oder wie ja da ist noch mal einer na komm hier raus nicht da hinten komm hier nach vorne ich habe es genug schon mit den Ecken gehabt so jetzt das müsste doch die perfekte Distanz sein er trifft halt trotzdem kein Funkeltitanit wäre auch zu schön gewesen was haben wir denn sonst zu da hinten scheint es nicht weiter zu gehen da unten ist es ruhig okay da ist es auch ruhig Asche eines Drachenjägers darüber freut sich sicher meine Händlerin das war doch hier Schattenasche des gefallenen Kriegers der den Pfad der alten Drachenwälte was auch immer es ist es verleitet den hartnäckigsten Kriegern ganz gewiss große Stärke Hartnäckigkeit das ist etwas was man durchaus mir zurechnen kann noch habe ich nicht aufgegeben hier mir werden unzählige Gegner entgegen geworfen aber ich gebe nicht auf okay da oben muss ich doch sicher beten das so ein langer Pfad auf dem höchsten Gipfel wir haben das Ende erreicht oder? erscheint jemand? nein es ist ruhig na gut alleine dieser Blick hat sich also wirklich alleine für diesen Anblick hat sich der ganze Aufwand gelohnt oh da ist ein Drache zum Anbieten funkelnder Drachenkörperstein ich fühle mich wie in irgendeinem asiatischen Film in dem es um die Reinheit vom Körper und Geist und anderem geht wo haben wir denn die nochmal? ne die waren doch hier von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein einen gewaltigen Drachen dargebracht in Stein keimt Licht auf du erhältst einen Drachenkörper und grunzt wie ein Drache als Illusion eines Erzdrachen kann bis zum Tod nicht rückgängig gemacht werden die Nachbindung kann nicht allein mit dem Drachenkörper erreicht werden auch der Drachenkörper benötigt ok wo muss ich den ok das funktioniert offensichtlich nicht ich versuche noch herauszufinden wie ich jetzt das ganze benutze muss ich bunt angehören du erhältst den Drachenkörper kann ein bisschen tonisch rückgängig strömst Drachen auch fehlt mir noch ein Teil oder Drachenkörper Drachenkörper Drachenkopf vermutlich fehlt mir einfach noch ein Teil bekomme ich den vielleicht erst nach dem Endkampf oder versuche ich gerade noch ähm herauszufinden ob es nicht irgendeine andere Möglichkeit gibt nee es ist ja doch jetzt jetzt ist er rot jetzt ist er auch rot na gut versuchen wir es mal er nimmt ihn nicht nee ich stehe rechts und nicht eure Zeit ich versuche das während ihr nicht zuschaut na gut dann sind wir jetzt hier durch das heißt was machen wir jetzt zuerst die Glocke oder unten durch ich würde sagen zuerst unten durch das nehmen wir allerdings wieder raus ist auch so kompliziert genug ich versuche es jetzt einfach indem ich direkt unten rein renne wow eine brennende Sonne du siehst du siehst aus ein wenig wie Iron Man also dich nehmen wir mit ah ich ich unterschütze deinen Angriff halt immer noch ja gut das ist ja furchtbar nein nein es ist ja lächerlich was ich hier wieder anstelle na gut komm vergiss es machen wir gleich nochmal das ist ja beschämend jetzt aber ernsthaft okay ich hätte 80.000 Segen nein hinter mir hm so was hinterlässt du mir denn eine Titanit Scherbe ist jetzt mal Ruhe soll ich jetzt oh ich hatte Hauchwort vergessen shit ich hätte Hauchwort noch mitnehmen wollen okay jetzt würde mich aber mal was anderes interessieren folgst du mir denn wenn ich nach unten gehe oder machst du wirklich einfach dein Ding okay du folgst mir nee er folgt mir nicht hallo hier bin ich hallo hier bin ich der macht sein eigenes Ding hallo hier geht's rein er will er will einfach nicht jetzt lass mich raten jetzt geht das Tor hinter mir zu und du bist weg weg okay da drüber laufe ich jetzt nicht ach nee das ist eine normale okay das ist eine normale Treppenkant eine Glut warum habe ich warum habe ich so Angst gehabt davor also dahinter dahinter hätten sie jetzt ruhig noch was machen können vielleicht bekommt es ja noch eine andere Bedeutung aber dahinter hätte ich jetzt wirklich was erwartet okay hier ist auch nichts dann bleibt ja in dem Fall nur noch die Glocke oder ich suche noch Orte um anbeten aber ich glaube das mache ich ohne euch denn ich habe 90.000 Seen die kann ich ja wieder ausgeben dann kann ich jetzt ja die Waffe noch mal verbessern endlich und dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Episode wenn es darum geht was denn die Glocke hier auslöst wer bist denn du in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und auf bald wieder und immer daran denken seid die Ruhe selbst lass Körper und Geist eins werden nehmt das Leben wie es kommt